Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Als das Rennen startete, ging es gleich von Anfang an heiß her. Max und Felix kämpften um die Führungsposition und überholten sich gegenseitig in atemberaubender Geschwindigkeit. Die Zuschauer konnten kaum folgen, so schnell rasten die beiden Fahrer über die Strecke. Es gab mehrere spannende Wechsel der Führungsposition. Mal lag Max vorne, dann wieder Felix. Jeder gab sein Bestes, um den Sieg nach Hause zu bringen. Die beiden Fahrer pushten ihre Autos bis an die Grenzen und riskierten alles, um als erster die Ziellinie zu überqueren. Die Strecke führte durch malerische Landschaften und enge Kurven. Die Fahrer mussten ihr ganzes Können und ihre Konzentration einsetzen, um nicht von der Straße abzukommen. Doch trotz der Herausforderungen blieben sie fokussiert und gaben nicht auf. Das Rennen näherte sich dem Ende und die Spannung stieg ins Unermessliche. Max und Felix waren nur noch wenige Kurven voneinander entfernt. Es schien, als ob jeder Atemzug der Zuschauer die Autos antreiben könnte. Schließlich kam der entscheidende Moment. Max und Felix rasten nebeneinander auf die letzte Gerade zu. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur Ziellinie. Beide Fahrer drückten das Gaspedal bis zum Anschlag und die Motoren heulten auf. Doch am Ende hatte Max Turbo Müller die Nase vorn. Mit einem waghalsigen Überholmanöver gelang es ihm, Felix Blitz-Schmidt zu überholen und als erster die Ziellinie zu überqueren. Die Zuschauer jubelten und feierten den verdienten Sieger. Das Autorennen in Deutschland war ein unvergessliches Spektakel. Es zeigte, dass es manchmal nicht nur auf die Geschwindigkeit ankommt, sondern auch auf das Können und die Entschlossenheit eines Fahrers. Max Turbo Müller hatte bewiesen, dass er der Bessere war, aber Felix Blitz-Schmidt hatte sich ebenfalls als würdiger Gegner erwiesen. Und so endete die lustige Geschichte über ein Autorennen in Deutschland, bei dem es viele Wechsel der Führungsposition gab, aber am Ende der Bessere gewonnen hat. Das Autorennen in Deutschland